ich will doch eigentlich nur zu mir jetzt alles klar na bitte jetzt muss ich nur schulen ich will es euch nur kurz demonstrieren ich habe ihn nicht getroffen weil beste aufnahme er war ich bin heute eine kleine oder feine runde super heckmops der grund dafür ist dieser mit spaßvogel okay beide stehen gerade ab warum okay okay das wird heftig werden aber warte ich sollte vielleicht noch auf vollbild schalten wird perfekt das funktioniert das ihr werdet gleich sehen dass wir es etwas schwer gegen ihn haben werden oh gott wo ist er denn überhaupt der gute das ist der davor gewonnen hat lustigerweise habe ich auch das gefühl dass unser guter milan mit unserem patzen die die hier die arme blaze kriegt das ganze schon voll ab und das kennst du wir mal schnell haben wir es jetzt immer für nötig oder was aber ich bin mir gleich wieder schon dazu dass wir deine input oder was darüber dass da haben wir sehr so ich muss halt schauen dass ich möglichst erst alle anderen ausschalte damit ich halt mit ihm quasi alleine bin damals so den hätten wir auch gut sind wir tot so genox will jetzt auch gleich sterben gehe ich mir noch von fest davon aus okay spätestens jetzt ist er tot gut dann sorgt doch nicht dafür und wissen wir uns sehr gut in mir dann kann jetzt auch erst mal am arsch vorbei gehen ist mir aber relativ egal schön dass ich ihn ist gar nicht was sie ach da oben ist er ja warm so und so ja gut mal ist halt jetzt auch die klassische andere weise so jetzt muss ich nur schön ach nirgendwann ich will es eigentlich nur kurz demonstrieren habe ich ihn wenigstens getroffen geil beste aufnahme ever also das hier im forum wieder jetzt so ich bin da man wir kommen zur runde 2 dieses mal hoffentlich ohne hacker und dadurch dass da oben steht press ist weil ich war noch die alpha aufgenommen habe deswegen steht der press und ich habe wenigstens noch first blood abstauben können scheiße das ist jemand schwein und das geht mit das gemütze so richtig aber 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 das ist ein wolf strike für eine attacke kenne ich gar nicht also wirklich nicht okay ich finde am cookie hipster auch mega mäßig geil putz putz das war ein cup deckel putz das ding ist ja eigentlich ist er wohl immer ein eher offensives kit aber es eignet sich auch hervorragend um auf diesen räumen hier zu kämpfen putz putz das war ein cup deckel oh god hier gibt es so viele fägen fägen bonds putz so ähm und jetzt what will happen right now bam schade hat nicht getroffen oh jaja oh fuck das wird jetzt eng aah das hat wieder nicht getroffen das wird eng ach scheiße oh nein oh ah waa voll ins loch rein nein aah 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 und er aufnehmen hat ja schonmal super geklappt ähm oh super ey alter ich höre nur als ob sich halt wirklich alle auf diesem kack baum tümmeln ja ja als ob alle halt hinter mir herrennen so gucki hipster gehört schon mal der vergangenheit an was auch immer da oben passiert ich habe keine ahnung ok ok können die sich auch mal gegenseitig umbringen so 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 bam und ein fischer hinterher weil es verschwunden war ist aua aua ah man da mal fragen was die eigentlich machen das 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 irgendwie so indirekt so fast vor einem konstanten nicht angriffspakt einhalten das sind beide wieder low ah ne das schreien kann gar nicht low sind das ist ja gerade erst gestorben gewesen ok das war eine gefällte kaptäcke ok das war keine gefällte kaptäcke hier wollen wir verarschen ah ok als sie mal an real caramba aber ok hat das eine gute hit range aber bam ach du scheiße so mit c6 länder so hatte das medius das match ich habe ihn gerade gespielt ist mein freund ach ich hasse katekel hat man das wohl und so ist so so wenig chancen war jetzt vielleicht nicht so mehr mäßig geil die runde aber ich nehme sie trotzdem neun kills und ein kill assist das ist wirklich nicht schlecht bis zum nächsten mal haut rein